Musik Maschine zerstört! Oh! Die Audi A zieht sich zurück. Sie sind auf der Flucht. Aber ihr Schatten bleibt. Die Ruine blutet Gift. Wir sollten dort weg. Die Chemikalien. Komm ins Lager. Okay. Strategischer Abzug läuft. Bestätige Befehl. Rückzug läuft an. Okay. 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 Ewa wird sich erholen. Selbst davon. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Schön, dich zu sehen, Amai. Vielen Dank. Du repräsentierst den Widerstand. Schön. Ein guter Tag für den Widerstand. Und ein ganz düsterer für die RDA. Und Harding hat wohl heute auch keine Trophäe ergattert. Los, gehen wir zu den anderen. Muss sich gut anfühlen, wieder zu kämpfen. Hier, meine Varin. Die aufgeräumte Krankenstation ist für alles bereit. Und da, die aufgeräumte. Und da, die aufgeräumte. Und da, die aufgeräumte. Aus dieser Welt zu Ewa. Lebendig in ihr. Niemals vergessen. Erinnerungen, verknüpft wie Lieder. Die Zesua müssen alle Kinder Ewas beschützen. Das herzlose Schlachten wird ein Ende haben. Ich hoffe, wir können unsere Speere bald senken. Und Sanke am Feuer trinken. Ja. Wenn das Dröhnen ihrer Maschinen nicht mehr am Himmel heilt. Ihr müsst nicht allein kämpfen. Trag die Flamme unseres Siegs in dir, Zamsiyu. Möge sie in vielen Herzen Feuer entfachen. Manchmal muss man das Problem einfach angehen. Das sieht schon komisch aus. Aber es zu tragen muss noch komischer sein. Dann dann die Flamme, sondern die Flamme. Dann die Flamme. Spanierforschen. Ich habe auch in Schildkirchen. Ich bin mit Schildkirchen. Ich bin mit der Flamme da. Ich bin mit der Flamme. Ich bin mit dem Flamme da. Ich bin mit der Flamme. Dammu muss wirklich mit jemandem reden, aber nicht mit jemandem reden. Wir haben hier heute wirklich viel erreicht. Ich denke, es ist Zeit, dass wir ein wenig feiern im Hauptquartier. Es ist... Nein. Es ist eine große Herausforderung. Die andere haben sich noch einig. Das ist eine große Herausforderung. Ich jage nach Fleisch. Geschafft! Du hast sie zurückgedrängt. Wir haben das. Wir alle. Okay, klar. Aber komm, verkauf dich nicht unter Wert. Unter den Sessua fühle ich mich wie ein Kind. Willkommen in meiner Welt. Jedenfalls wollte ich nur sicher gehen, dass du zur Party kommst. Von denen hatten wir nur sehr wenige. Das glaub ich. Ihr wisst nicht mal eure Geburtstage. Sorry. Voll unhöflich. Oh, Mann. Schon gut. Ich hab das Gefühl, wir wurden wiedergeboren, als wir entkommen sind. Echt schön, dass du das so siehst. Na dann, wir sehen uns auf der Party. Ich kann es kaum erwarten, diese Gaben mit dem Clan zu teilen. Kaum zu glauben, aber inzwischen macht es richtig Spaß, sich die Luftwerte anzusehen. Du kannst dich vermutlich gar nicht mehr daran erinnern, dass die Luft deiner alten Welt mal so sauber war. Es gibt Dinge, die ich auch noch nie gesehen hab. Diese funkelnden Wolkendinger am Himmel. Was die wohl machen? Wow! Ich kann es kaum erwarten, diese Gaben mit dem Clan zu teilen. Ich hoffe, sie freuen sich. Ich sehe hier Bohrer. Laserbohr. Die fahren also den geilen Scheiß auf. Die Dinger schmelzen Felsen, um an Ressourcen darunter zu kommen. Natürlich erzeugen sie dabei giftige Gase. Die Laserstrahlen sind sehr heiß. Heißer als die Sonne. Greif auf den Hauptcomputer zu und hecke dann die Terminals. Dann überhitzen die Laser und schmelzen. Heißer als die Sonne. Dann überhitzen die Schmerzen. Dann überhitzen die Schmerzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, ja! Wow! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! 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 Ja!